Das ist Entweder-Oder mit Diana Delo. Die Energy YouTube Show. Entweder-Oder. Schlümpfe oder Gummibären? Gummibären. Warum? Weil sie besser schmecken. Und zum Gucken, also Fernsehen? Gibt's Gummibärchen ungefähr. Gummibären, Hüffen, hier und da und überall. Kennst du das? Oh, ich bin, ich, nee, weißt du warum ich das nicht kenne? Weil ich mit siebeneinhalb nach Deutschland kam und wir im ehemaligen Jugoslawien wahrscheinlich sowas nicht im Fernsehen hatten. Ich hab das mit zwölf noch geguckt. Okay, DM oder Rossmann? DM. Warum? Wegen Balea, oder? Wegen den Eigenprodukten, oder? Ja, Rossmann hat ja auch Eigenprodukte, aber ich finde das ganze Konzept vom DM einfach viel, viel ansprechend. Peitsche oder Teddybär? Teddybär. Warum? Weil er mich an meinen Opa erinnert. Sieht oder sah dein Opa aus wie ein Teddybär? Nein, er hat mir einen Teddybär geschenkt, mein allererster in meinem Leben. Aber nicht selbst gemacht auch noch, oder? Nein, selbst gekauft. Und weißt du warum? Weil es damals kein YouTube gab oder er nicht sich ein DIY angucken konnte, wie man sich ein Teddybär macht, oder? Wahrscheinlich, da lag ich daran, ja. Ich sag goodbye und alles Gute, vielen Dank. Schön war's, danke. Das war Entweder-Oder mit Diana Delo und am Sonntag um 20 Uhr gibt's bei Radio Energy das ganze Interview, die ganze Sendung mit Diana Delo einschalten, Radio an, YouTube aus. Ja, Sonntags 20 Uhr muss das leider mal sein. So ist das.